Ich weiss, dass in meiner Kultur viele mich kritisiert haben, wie ich das sehe. Aber es ist einfach, auf Deutsch gesagt, eine scheiss Grenze, die erlaubt, dass du dich in deinem Kopf abgrenzen kannst. Und das ist genau das Schlimme, was ich als Kind auch nie verstanden habe. Wir haben gesagt, du bist nicht informiert wegen dem Kosovo-Krieg. Ich will es gar nicht an mir hinlaufen. Für mich sind es gar nicht die gleichen Menschen wie Jugos. Und wenn nur schon 100 Meter das mit dir machen kann, dann bist du ein sehr begrenzter Mensch in meinen Augen. Ich sehe die Welt ganz anders. Und wenn du mich interessierst für meine Positivität, für meine Offenheit und Freundlichkeit und für das Humanitären, dann sagt das, wer du als Mensch bist. Weil ich finde ich sehr menschlich.